Glaubt ihr, dass die Wiener froh waren, dass man in den Datens die Donau aufgeschaut hat? Die haben gesagt, dass wieder eine stinkende Loake werden, da gab es Diskussionen. Die Experten waren sich nicht ganz eins. Ja, letzten Endes hat man dann durch Kläranlagen, durch Zusatzbaumaßnahmen, hat jetzt die Donau sogar eine bessere Wasserqualität als zuvor. Wir befinden uns in der Wand, sind auch dünner gegangen durch die Wand, wenn man sich die Dimensionen vor Augen hält. Wir befinden uns in der Wand, sind auch dünner gegangen durch die Wand, dieser Bidon, der schraut das Wasser auf. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich sofort gefragt, was macht denn da eigentlich Wasser? Ja, es sickert ständig ein bisschen Wasser durch den Bidon, der muss abgewupfen werden. Ist das ein Fehler von Kraft, ja? Nein, man müsste das noch viel größer dimensionieren, viel feiner arbeiten, damit man sowas verhindern würde. Jetzt ist der sogenannte Kontrollgang, der ist über 160 Meter lang. Was machen wir da? Man kontrolliert und sich dieses Bauwerk verschickt. Jetzt, damit wir ein Gefühl bekommen, wie weit wir eigentlich sind. Wie sieht das nicht? Es ist ein Bauwerk, Nein, es ist ein Bautengebnis. Wir haben jedes Wirkenseld- Wiesen, ja. Ein Steinball ist eben ein Bau aus Grazer, nicht? Das sind gerade drei, die Held oder Held über. Man kann es um sein. Das ist nämlich ein F Glenn. Ah, also, wir alle so sehr hochzuwirken, also wirklich nicht sich. Und das ist alles fit, aber das ist ein rechtes Wiesfall, ja. Untertitelung des ZDF, 2020